Anlässlich seines Dorfbesuches in Deutschkreuz gab Landeshauptmann Hans Niesl gemeinsam mit Landesrat Dr. Peter Reeser und Gemeinderätin von Deutschkreuz Claudia Bingitzer eine Pressekonferenz. Bei dieser wurden unter anderem folgende Themen besprochen. Zuerst der ÖVP Öffi-Test, dann Park-and-Ride-Anlagen und die S31. Die letzte Woche ein Highlight im negativen Sinn im Wahlkampf war der Test der öffentlichen Verkehrsmittel von Seiten der ÖVP und es hat ja der nächste Tag gezeigt, dass nicht einmal der Testpilot der Bürgermeister aus Neuhaus am Glausenburg selbst gefahren ist, sondern auch mit dem Auto gefahren ist, der dazu gegeben diese Testfahrt nicht gemacht zu haben. Aber nur mit Schmähparaden werden wir den öffentlichen Verkehr nicht verbessern. Nächster Punkt ist, wir wollen die Park-and-Ride-Anlage ausbauen, aber hier gibt es immer wieder mit den Gemeinden Verträge, wo sich mit einem kleinen Teil auch die Gemeinden finanziell beteiligen. Leider ist es in Deutschkreuz so, dass die Gemeinde nicht bereit ist, hier einen Beitrag zu einer Erweiterung der Park-and-Ride-Anlage zu leisten. Das zweite sehr, sehr wichtige Projekt für den Bezirk ist natürlich die S31. Also insofern der Bezirk Oberpullendorf, das Mittelburgenland, wird eine noch bessere Verkehrsinfrastruktur bekommen. Vorigen Sonntag haben wir einen Mittelburgenland-Tag gehabt, heute auch. Zehn Jahre Senecura Pflegeheim in Nickitsch, ein Festtag. Jetzt hier in Deutschkreuz ein Gemeindebesuch. Die SPÖ Burgenland ist die Burgenland-Partei und die SPÖ Mittelburgenland ist die Mittelburgenland-Partei. Wir sind mit Abstand die größte gestaltendste politische Kraft hier im Bezirk. Seit 51 Jahren stellt die SPÖ im Burgenland den Landeshauptmann. Seit 51 Jahren ist der sozialdemokratische Weg im Burgenland der richtige Weg. Lange Zeit war das auch hier in Deutschkreuz der Fall. Seit 13 Jahren ist Manfred Kölli Bürgermeister der größten Gemeinde im Mittelburgenland. Seither ist der erfolgreiche sozialdemokratische Weg in Deutschkreuz Geschichte. Das belegen die folgenden Fakten und Zahlen eindeutig. 2002 hatte Deutschkreuz 3.216 Einwohner. Jetzt, Ende 2014, waren es nur mehr 3.101 Einwohner. Deutschkreuz in Bewegung, so lautet der Slogan von Manfred Kölli. Aber Deutschkreuz bewegt sich in die falsche Richtung, nämlich bergab. Nach dieser kurzen Zusammenfassung können Sie jetzt die komplette Pressekonferenz sehen. Also meine Damen und Herren, lieber Landesrat, liebe Claudia, ich darf alle Sie herzlich begrüßen bei unserer gemeinsamen Pressekonferenz. Der Wahlkampf läuft an und die Skurrilitäten nehmen zu. Die letzte Woche ein Highlight im negativen Sinn im Wahlkampf war der Test der öffentlichen Verkehrsmittel von Seiten der ÖVP. Die ÖVP hat eine Fahrt unternommen, einerseits von Neuhaus am Klausenbach nach Oberbullendorf, andererseits von Burbach nach Oberbullendorf und von Ilmitz nach Oberbullendorf. Und ich habe bei einer Schuldiskussion in Neusiedl am See gefragt, wie viele Schüler im Laufe des vergangenen Jahres von Neusiedl am See nach Oberbullendorf gefahren sind. Es war niemand dabei. Also insofern war auch von Neuhaus am Klausenbach nach Oberbullendorf vielleicht im Laufe von fünf Jahren eine Handvoll Menschen dabei. Und es hat ja der nächste Tag gezeigt, dass nicht einmal der Testpilot, der Bürgermeister aus Neuhaus am Klausenbach selbst gefahren ist, sondern auch mit dem Auto gefahren ist. Er hat dazu gegeben, diese Testfahrt nicht gemacht zu haben. Also insofern muss man sagen, das ist schon eine Absurdität im Landtagswahlkampf, wenn man darauf hinweist, auf eine Strecke, die eigentlich niemand benützt und sagt, der öffentliche Verkehr ist dort schlecht ausgebaut. Bekenne mich dazu, dort wo keine Frequenz ist, können keine Busse fahren. Denn sonst würden wir Geisterbusse haben, die sehr viel Geld kosten. Das Land Burgenland gibt 17 Millionen Euro für den öffentlichen Verkehr aus. Und wir geben diese 17 Millionen für unsere Pendlerinnen und Pendler gerne aus und für die Burgenländerinnen und Burgenländer, aber auf Strecken, die auch frequentiert sind. Für die Pendlerstrecken zum Beispiel aus dem südlichen Burgenland, aus dem mittleren Burgenland, aus dem nördlichen Burgenland. Und diese 17 Millionen ist natürlich ein sehr hoher Betrag. Und wir haben das in den vergangenen, das Budget für den öffentlichen Verkehr vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2015 mehr als verdreifacht. Unter 5 Millionen war das Budget, als ich Landeshauptmann geworden bin. Jetzt sind es 17 Millionen. Tendenz steigend, das sage ich auch. Aber nur mit Schmähparaden werden wir den öffentlichen Verkehr nicht verbessern. Zum öffentlichen Verkehr ist auch zu sagen, und das möchte ich auch vor allem hier in Deutschkreuz sagen, vorgesehen, dass wir die Qualität der Pendlerzüge in der nächsten Legislaturperiode deutlich weiter steigern. Wir haben bereits einen Vertrag mit der Raberbahn unterzeichnet, dass fünf City-Jet-Züge, das sind die modernsten Züge, die es in Zukunft in Österreich gibt, auch im Burgenland eingesetzt werden. Und dass auch die ÖBB City-Jets ankauft, ist klar, da stehen wir kurz vor dem Abschluss bei den Verhandlungen. Und deswegen jetzt schon die Verhandlungen, weil die Bestellung von der Raberbahn und auch von den ÖBB gemacht werden müssen und das Land Burgenland hier wieder wesentliche Beträge aufbringen muss, um sowohl auf den Raberbahnstrecken als auch auf den ÖBB-Strecken diese supermodernen Züge, City-Jets, auch einzusetzen. Also auch für das Mittelburgenland eine deutliche Verbesserung des Eisenbahnverkehrs. Nächster Punkt ist, wir wollen die Park-and-Ride-Anlage ausbauen, aber hier gibt es immer wieder mit den Gemeinden Verträge, wo sich mit einem kleinen Teil auch die Gemeinden finanziell beteiligen. Leider ist es in Deutschkreuz so, dass die Gemeinde nicht bereit ist, hier einen Beitrag zu einer Erweiterung der Park-and-Ride-Anlage zu leisten. In der Vergangenheit, als die Park-and-Ride-Anlage errichtet wurde, hat selbstverständlich die Gemeinde einen finanziellen Beitrag geleistet. Das ist eigentlich pendlerfeindlich, was hier gemacht wird und wir sind bereit, von Seiten des Landes die Park-and-Ride-Anlage auch in entsprechender Form zu verbessern. Das zweite sehr, sehr wichtige Projekt für den Bezirk ist natürlich die S31. War gemeinsam mit Landesrat Dr. Peter Reza an der Baustelle. Wir haben ja die Baustellenbesichtigung gemacht. Das ist großartig. Hier wird sehr intensiv gearbeitet. Ich bin optimistisch, dass es eine Bauzeitverkürzung geben wird. Wenn der nächste Winter auch wieder so ein kühler Sommer ist wie der vergangene und durchgearbeitet werden kann, dann wird dort Tempo gemacht. Wir achten darauf, dass die Region auch von dieser Großbaustelle profitiert. 38 Millionen für den Straßenbau. Natürlich können wir niemanden zwingen, die Aufträge burgenländisch zu vergeben, aber wir sind da immer wieder erfolgreich und können Überzeugung leisten, dass die Generalunternehmer sehr wohl auch burgenländische Firmen bei dieser Baustelle beauftragen und dass auch bei dieser Baustelle ein wesentlicher Teil der Wertschöpfung der 38 Millionen auch tatsächlich im Burgenland bleibt. Also insofern der Bezirk Oberbullendorf, das Mittelburgenland, wird eine noch bessere Verkehrsinfrastruktur bekommen. Ein wesentlicher Teil dieser 17 Millionen Euro wird auch in den Bezirk Oberbullendorf investiert. Wir werden in der nächsten Legislaturperiode den City-Chat auch einsetzen mit kräftiger finanzieller Unterstützung. Es wird in der nächsten Legislaturperiode die S 31 in Betrieb genommen und wir schauen, dass Burgenländerinnen und Burgenländer dort, wo wir Einfluss haben, auch verstärkt in Beschäftigung kommen und mit dieser modernen Infrastruktur, mit diesen wichtigen Investitionen wollen wir natürlich Vollbeschäftigung im Burgenland erreichen. Da brauchen wir die Unterstützung aller Bezirke, da brauchen wir eine gemeinsame Kraftanstrengung, ob Jugendlicher oder über 50-Jähriger einen Arbeitsplatz zu haben, eine Ausbildung machen zu können, ist ein ganz wichtiges Ziel. Und ich darf auch eine Geschichte abschließend erzählen. Eine 55-jährige Pflegerin aus dem Pflegeheim Nikitsch, das können Sie recherchieren, ich erzähle keine Schmeiß wie die ÖVP, war bei der Firma Triumph beschäftigt. Und hier in Oberbullendorf das Triumphwerk hat geschlossen. Dr. Peter Reeser hat darauf geachtet, dass es eine Stiftung gibt, wo diese fleißigen Triumpharbeiterinnen umgeschult werden können. Sie hat die Umschulung gemacht mit 55 Jahren und ist heute Pflegerin in Nikitsch und hat zu mir wörtlich gesagt, ich habe jetzt meinen Traumberuf und ich bin gerne hier im Pflegeheim. Und das ist sozialdemokratische Handschrift, dass man Menschen, Frauen, Männern, Jugendlichen die Chance bietet, auch mit 55 Jahren noch umzulernen, dazu zu lernen und von einer Näherin zur Pflegerin zu werden. Und ich habe diese Frau beobachtet, wie sie mit den betagten Damen dort umgegangen ist. Da kann man wirklich nur den Hut ziehen, die hat ihren Traumberuf mit 55 gefunden. Und ich glaube, dass man diese Frau auch in dieser Informationsphase, die wir jetzt auch in Oberwart haben, ersuchen werden, daran teilzunehmen. Denn das ist schon sehr, sehr vorbildlich und eine gute Sache, dass man nicht sagt, mit 55 resigniert und sagt, ich finde keinen Beruf mehr, ich weiß nicht, was ich tun soll, sondern dass man aktiv sagt, ja, ich mache die Ausbildung. Das ist wirklich ein toller Beruf und ich habe meinen Traumberuf gefunden. Das möchte ich abschließend noch als kleines Beispiel für eine erfolgreiche Arbeitsstiftung und Hochschulungsmaßnahmen erwähnen. Danke, Herr Landeshauptmann. Liebe Claudia, ich bin dem Landeshauptmann sehr, sehr dankbar, dass er das Mittelburgenland immer wiederum besucht. Vorigen Sonntag haben wir einen Mittelburgenlandstag gehabt, heute auch. Zehn Jahre Senecura Pflegeheim in Nickitsch, ein Festtag. Jetzt hier in Deutschkreuz ein Gemeindebesuch. Die SPÖ Burgenland ist die Burgenlandpartei und die SPÖ Mittelburgenland ist die Mittelburgenlandpartei. Wir sind mit Abstand die größte, gestaltendste politische Kraft hier im Bezirk. Ich sage auch dazu, dass wir auch bei der letzten Landtagswahl hier in Deutschkreuz die Nummer eins sind. Das wollen wir natürlich auch zukünftig hin sein. Es geht um sehr, sehr viel. Es geht darum, den Aufstieg des Burgenlandes. Es geht darum, den Aufstieg auch des Mittelburgenlandes weiter voranzutreiben. Wir leben in einer wunderbaren Region hier im Mittelburgenland. Wir haben eine sehr intakte Natur. Wir sind die grüne Lunge, wenn man so will, des Burgenlandes mit mehr als einem Drittel Waldanteil. Wir haben Landschaftsschutzgebiete. Die Wirtschaft hat begonnen, sich etwas dynamisch zu entwickeln. Wir haben neue Tourismusangebote. Und es gibt natürlich eine bunte Vielfalt im Kulturgeschehen, in unserem Bezirk Freizeit, Wein, Genuss, Lebensqualität. All das gilt es weiter auszubauen für unseren Bezirk. Und ich möchte auch anmerken, wir haben uns auch zu einer sozialen Modellregion entwickelt. Wir haben mittlerweile acht Altenwohn- und Pflegezentren im Bezirk Oberpullendorf. Sehr, sehr wohnortnahe. Auch hier in Deutschkreuz gibt es mit dem Haus Lisa eine derartige Einrichtung, wo es uns auch gelungen ist, auch eine Behinderteneinrichtung unter einem Dach zu schaffen. Ich glaube, es ist in Zeiten wie diesen auch immer wichtig, innezuhalten und zu sagen, können wir alle Menschen mitnehmen und teilhaben lassen an dieser Entwicklung und am Aufstieg. Das heißt, das soziale Gewissen, das hier die Sozialdemokratie letztendlich in den letzten Jahren garantiert hat, gilt es natürlich auch in die Zukunft mitzunehmen. Wir haben die Angebote im Sozialbereich deutlich verbessert. Unser Schwerpunkt liegt bei Tagesbetreuungseinrichtungen. Auch hier haben wir in Deutschkreuz ein modernes Angebot, zwölf Tagesbetreuungsplätze. Wir haben das noch verbessert, weil wir wollen, dass es die Menschen verstärkt annehmen. Wir haben einen Schnuppertag eingeführt, um diese Hinschwelle etwas den Menschen zu nehmen. Wir zahlen die Hälfte der Transportkosten bei Hohl- und Bringdiensten. Und ich denke, das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir haben mit dem Krankenhaus Oberpullendorf ein Gesundheitskompetenzzentrum, das in vielen Bereichen eigentlich weit über den Bezirk und oft die Landesgrenzen hinaus ein Versorgungszentrum ist. Ich denke hier beispielsweise an den gastroenterologischen Bereich, aber auch an das Kinderwunschzentrum, das wir in Oberpullendorf haben, die Augentagesklinik. Und ich halte es immer für ganz, ganz besonders wichtig zu betonen, wir brauchen das Wohnortnahe Krankenhaus. Wir bauen in Oberpullendorf unsere Leistungspalette sogar weiter aus. Andere Bundesländer schließen Krankenanstalten. Wir brauchen die fünf bulgenländischen Krankenanstalten zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung. Wir haben allein in den letzten 15 Jahren mehr als 20 Millionen Euro investiert in unser Krankenhaus. Wir werden in einigen Wochen eine neue Intensivspange in Betrieb nehmen, also die Zusammenlegung der Intensiveinheit mit der Herzcare. Und wir bauen den OP-Bereich neu. Die Intensivspange und der OP-Bereich zusammengenommen werden in den nächsten Jahren etwa 8 Millionen Euro an Kosten verschlingen. Aber ich sage immer, es ist eine gute Investition in die Gesundheit der Mittelburgenländerinnen und Mittelburgenländer. Wir haben auch ein sehr, sehr gutes Angebot an Fachärzten, auch hier in Deutschkreuz. Hier gibt es ja sogar im Haus Lisa eine Internistin, die hier angesiedelt ist. Deutschkreuz ist ja die größte Gemeinde, auch wenn die Stadt Oberpullendorf um einige Einwohner jetzt mehr hat, um drei glaube ich oder vier, dann ist das eine Stadt. Deutschkreuz ist die größte Gemeinde. Also wir haben beides, eine große Stadt und eine große Gemeinde. Aber es geht uns natürlich auch hier um den Ausbau des Tourismus. Deutschkreuz hat hier eine wichtige Position, auch mit den gesamten Angeboten, die es im Wein-Segment gibt. Hier im Zentrum des Blaufränkisch Landes künftig geht es natürlich auch darum, unsere Gäste länger in der Region zu behalten. Der Durchschnittsgast bleibt ja nur drei Tage und wenn es uns gelingt, die Gäste länger hier zu halten, hat das natürlich sehr, sehr viele beschäftigungspolitische Aspekte. Ich bin dem Landeshauptmann auch dankbar. Wir sind ein Pendlerbezirk und wir müssen alles tun, um es unseren Tagespendlern angenehmer zu machen, durch attraktive Verkehrsangebote auf der einen Seite, Schnellverbindungen in die Zentren, aber auch durch eine Ausstattungsattraktivierung. Hier von Deutschkreuz, vom Bahnhof, fahren ja täglich 600, manchmal 700 Pendler täglich weg. 30 Prozent unserer Bewohner pendeln mehr als 50 Kilometer, also eine Belastung. Und alles, was hier der Verbesserung dient, kommt unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zugute. Wichtig, weil der Landeshauptmann angesprochen hat, die Frage der Beschäftigung. Wir haben zurzeit ein Phänomen, es steigt die Beschäftigung, es steigt aber auch die Arbeitslosigkeit. Und hier ist dem kleinen Bundesland Burgenland eigentlich etwas Sensationelles gelungen im Segment der Jugendbeschäftigung. Wir haben nicht gesagt, es ist halt so, man kann nicht dagegen ankämpfen. Wir haben als Land Burgenland gesagt, wir müssen hier gegensteuern. Die öffentliche Hand finanziert jährlich 10 Millionen Euro AMS und Land Burgenland zur Jugendbeschäftigung. Wir haben die Ausbildungsgarantie umgesetzt. Wir sind aber auch der größte Lehrlingsausbilder als Land Burgenland. Und wir haben in landesnahen Betrieben viele Ausbildungsplätze geschaffen. Derzeit sind 1.100 Lehrlinge von der öffentlichen Hand finanziert. Ich wundere mich immer, dass der Landeshauptmann Stellvertreter fordert, 500 Lehrlinge in Burgenland auszubilden. Ich habe ihm erst jüngst bei einer Podiumsdiskussion in der Schule gesagt, ich will das nicht haben, weil sonst müssten wir ja 600 Lehrlinge wieder nach Hause schicken, weil es gibt 1.100. Er hat dann eingesehen, dass er hier also eine falsche Forderung inhaltlich verkündet hat. Ich hoffe, er bleibt dabei und fordert nicht morgen wieder, dass wir 500 Lehrlingstellen schaffen sollen. Beschäftigung ist also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Zweites wichtiges Thema Beschäftigung älterer Menschen 50 plus. Hier haben wir auch bereits ein Drittel aller Arbeitslosen in diesem Segment. Nachdem der Herr Präsident Drummer da ist, zum Sozialdemokratischen Gemeindevertreterverband und der Herr Landeshauptmann, wir haben gemeinsam gesagt, wir brauchen hier auch attraktive Angebote. Daher haben wir zum einen ein breites Unterstützungsmodell für burgenländische Gemeinden geschaffen, die ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mindestens acht Monate beschäftigen. Und von diesen acht Monaten übernimmt das Land sechs Monate in der Bezahlung. Und der Landeshauptmann hat darüber hinaus, weil auch hier der Wirtschaftsreferent Steindl ein schwaches Modell angeboten hat, das von den Gemeinden nicht angenommen werden kann. Hier hat der Landeshauptmann gesagt, es hilft ja nichts. Wenn eine Gemeinde im Vorjahr oder im vorvorigen Jahr ältere Mitarbeiter beschäftigt hat, Langzeitarbeitslose beschäftigt hat, dann dürfen die heuer nicht beschäftigt werden. Und genau dieses Modell hat er verkauft. Und das ist für mich eher ein Show-Element, das den Arbeitslosen nicht hilft. Und hier hat der Landeshauptmann gesagt, hier fördert er aus seinen Möglichkeiten mit Bedarfszuweisungen. Das ist in erster Linie natürlich für sozialdemokratische Gemeinden gedacht, aber es stünde dem Wirtschaftsreferenten auch frei, seine Gemeinden entsprechend zu bedienen. Ich sage das deswegen, weil die Gemeinde Deutschkreuz ja aus den Bedarfszuweisungsmitteln des Landeshauptmann-Stellvertreters Mittel bekommt. Denn sonst könnte man hier in Deutschkreuz auch keine älteren Langzeitarbeitslosen beschäftigen, sofern sie in den letzten beiden Jahren hier beschäftigt waren. Man sieht an diesen Beispielen eigentlich, wer was tut, wer aktiv bei den Menschen ist. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Wir wollen das natürlich auch nach der kommenden Landtagswahl. Die mittelburgenländische Sozialdemokratie hat bei der letzten Landtagswahl 48,6 Prozentpunkte erzielt. Wir waren also knapp über dem Landesschnitt liegend. Unser Ziel ist es natürlich, nach Möglichkeit stärker zu werden. Ich sage das auch deswegen, weil wir diese Politik insgesamt, aber auch die Politik der Sozialgestaltung, der gesundheitspolitischen Gestaltung in Modellregionen aktiv fortsetzen wollen, weil wir aktive Beschäftigungspolitik in den nächsten Jahren brauchen, und weil auch Mobilität bei uns ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und ich hoffe natürlich, dass wir mit unserer Deutschkreuzer-Kandidatin, mit der Claudia Bingitzer, ein tolles Ergebnis einfahren werden, dass wir hier die Nummer eins als politische Kraft bei der kommenden Landtagswahl bleiben und dass die Claudia möglichst viele Vorzugsstimmen der Deutschkreuzerinnen und Deutschkreuzer lukriert, damit sie auch eine starke Stimme sein kann für Deutschkreuz und Deutschkreuzer-Anliegen dann natürlich auch in der Politik umsetzen kann. Ich wünsche dir ein tolles Ergebnis und darf dich gleich um deine Ausführungen bitten. Ja, danke, lieber Herr Landeshauptmann, Herr Landesrat, meine Damen Medienvertreter. Seit 51 Jahren stellt die SPÖ im Burgenland den Landeshauptmann. Seit 51 Jahren ist der sozialdemokratische Weg im Burgenland der richtige Weg. Lange Zeit war das auch hier in Deutschkreuz der Fall. Seit 13 Jahren ist Manfred Kölli Bürgermeister der größten Gemeinde im Mittelburgenland. Seither ist der erfolgreiche sozialdemokratische Weg in Deutschkreuz Geschichte. Das belegen die folgenden Fakten und Zahlen eindeutig. 2002 hatte Deutschkreuz 3.216 Einwohner. Jetzt, Ende 2014, waren es nur mehr 3.101 Einwohner. Deutschkreuz in Bewegung, so lautet der Slogan von Manfred Kölli. Aber Deutschkreuz bewegt sich in die falsche Richtung, nämlich bergab. Die Leute wandern ab von Deutschkreuz. Und Abwanderung sollte nicht das Ziel einer aufstrebenden Gemeinde sein. Unsere Gemeinde muss wieder eine attraktive Gemeinde werden für alle Generationen. Für den Weg zurück an die Spitze brauchen wir neue Wohnungen, Starterwohnungen für Junge, günstige Bauplätze, kurzum leistbares Wohnen. Eine Forderung, die die SPÖ Deutschkreuz bereits 2012 gestellt hat. Dadurch können wir die Abwanderung verhindern. 2008 forderte Kölli gemeinsam mit seinem Kumpanen Rauter mehr Transparenz, wenn es um öffentliche Gelder geht. Welches Märchen uns Kölli damals vorgespielt hat, beweisen die traurigen Zahlen unseres Gemeindebudgets. Beim Amtsantritt vom Bürgermeister Kölli 2002 betrug der Schuldenstand unserer Gemeinde weniger als 2 Millionen Euro. Heute sind daraus 8 Millionen Euro geworden. Umgerechnet war 2002 jeder Deutschkreuzer mit 610 Euro verschuldet. Heute liegt die Pro-Kopf-Verschuldung mehr als viermal zu hoch, bei 2.580 Euro pro Gemeindebürger. Nun, wie konnte das passieren, muss man sich da fragen. Welche transparenten Handlungen wurden unternommen, um so viele Schulden einzufahren? Bürgermeister Kölli wollte die Gemeinde mit hochriskanten Franken-Krediten von einer Schuldenfalle schützen. Diese setzte er für die Finanzierung des Finatrums ein. 2006 und 2008 wurden Kredite in einer Höhe von insgesamt 4 Millionen Euro aufgenommen, die nun aufgrund des Franken-Kurses mit 6 Millionen Euro zu Buche stehen. Die Franken-Kredite sind ja entfällige Kredite und müssen am Ende der Laufzeit, das ist 2031 und 2033, zur Gänze gedilgt werden. Es stellt sich nur die Frage, womit? Das Gemeindebudget beträgt rund 4 Millionen Euro pro Jahr. Und die freie Finanzspritze, die wir hier in Deutschkreuz haben, ist vernachlässigbar gering. Franken-Kredite sind klassische Wechselkurs-Spekulationen. Das heißt auf den Punkt gebracht, ganz einfach, Spekulationsgeschäfte auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger von Deutschkreuz. Doch besonders bemerkenswert und ein Beweis dafür, wie unser Bürgermeister Kölli die Leute an der Nase herumführt, ist die Aussage in der Landtagssitzung vom 7. Dezember 2011. Da sagte er, ich zitiere, Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir keine Schulden machen sollten in Zeiten wie diesen für unsere Nachfolgegenerationen. Nun, Herr Bürgermeister Kölli, damit haben Sie uns aber hier in Deutschkreuz glatt ins Gesicht gelogen. In einer Bezirkszeitung war Anfang April unter dem Gemeindeporträt von Deutschkreuz zu lesen, In den Straßenbau wurden in der letzten Zeit 3,5 Millionen Euro investiert. Nun, wenn man in der letzten Zeit die Jahre seit 2002 hernimmt, dann stimmt das. Sonst herrscht Stillstand, denn seit 2002 wurden in Deutschkreuz keine Straßen gebaut. Davor war es der SPÖ zu verdanken, dass Gemeindestraßen ausgebaut wurden. Kölli ist lediglich verantwortlich für den Ausbau des Schlossweges mit einer sagenumschreibenden Länge von 600 Metern. Alle anderen Arbeiten, die er durchgeführt hat, sind Instandhaltungs- und Ausbesserungsarbeiten, die punktgenau vor Wahlbeginn immer durchgeführt werden, wie aktuell jetzt wieder mal ein Straßenzug in Deutschkreuz wieder schwarz gemacht wird. Aber besonders spannend verläuft die Planung einer Straße und zwar der Schulgasse hier in Deutschkreuz. In der Gemeindezeitung im März 2010 teilt Kölli mit, dass Gespräche mit Anrainern der Schulgasse stattgefunden haben und als nächster Schritt ein Verkehrsplaner hinzugezogen wird. Im November 2010 wurde wieder in der Gemeindezeitung verkündet, dass die Planung bereits vergeben ist. Im August 2012 war dann zu lesen, für das kommende Jahr wurde schon der nächste Straßenbau ins Auge gefasst, die Schulgasse und die Esterhase-Gasse werden neu gestaltet und ausgebaut. Und bei der letzten Verkehrsausschusssitzung vor einigen Wochen wurde beschlossen, dass die Anrainer der Schulgasse zu einem Gespräch betreffend die Planung eingeladen werden. Täglich grüßt auch das Murmeltier oder gut Ding braucht Weile. Fünf Jahre Planung dürften aber mehr als reichen. Jetzt sind Taten gefordert, sonst wird der Ausbau dieser Schulgasse zu einer never-ending-Story. Für Unruhe in der Gemeinde hat auch die Ankündigung der Errichtung eines Krematoriums auf Girma-Hotter gesorgt. Bei der im Oktober stattgefundenen Bürgerversammlung sind die Wogen hochgegangen. Die zahlreichen Fragen der Bevölkerung wurden unzureichend beantwortet und die Bevölkerung fühlte sich im Regen stehen gelassen. Denn die Diskussion wurde abrupt vom Bürgermeister Kölli abgebrochen und etliche Fragen blieben im Raum stehen. Das entspricht der Art und Weise, wie Bürgermeister mit Gemeindebürgern umzugehen gedenkt. Die SPÖ setzt sich vehement gegen die Errichtung eines Krematoriums in unserer Gemeinde ein. Hier stecken keine parteipolitischen Interessen dahinter. Hier geht es ganz allein um die Zukunft unserer Heimatgemeinde. Deutschkreuz ist die wichtigste Weinbaugemeinde im Bezirk. Bei uns sind Weinbau und Tourismus unverzichtbare Wirtschaftsfaktoren, die für Wohlstand sorgen. Und damit das auch so bleibt, ist kein Platz für ein Krematorium. Doch der Bürgermeister hat bereits im September vorigen Jahres die Baufreigabe für die Errichtung des Krematoriums erteilt, obwohl es dafür keine erforderliche Widmung gibt. Das heißt, als Baubehörde erster Instanz hat er einen Bescheid erteilt, ohne entsprechende Widmung zu haben. Hier macht Kölli wieder den zweiten Schritt vor den ersten Schritt. Und das ist für mich und für viele Gemeindebürger unverständlich. Der finanzielle Spielraum unserer Gemeinde ist heute sehr klein. Aber dennoch hat Kölli in seiner Amtsperiode eine Vielzahl an Projekten angekündigt. Wie gesagt, angekündigt. Und ich sage, versprochen und gebrochen. Und ich habe mir die Zeit genommen und habe eine kurze Auflistung der Dinge gemacht, die Bürgermeister Kölli in den letzten Jahren angekündigt hat und nicht umgesetzt. Aber die Liste ist auf dieser Seite nicht fertig. Sie geht natürlich auf der Rückseite weiter. Auch hier sind noch etliche Projekte, die nicht umgesetzt wurden, aber angekündigt. Als Krönung der Ankündigung war dann die im Gemeinderat versprochene U-Bahn von Deutschkreuz nach Schopron. Aber ich bin von Haus aus ein sehr positiv denkender Mensch und möchte natürlich unbedingt erwähnen, dass es in unserer Gemeinde auch sehr viel Positives zu berichten gibt und dass in unserer Gemeinde auch sehr viel umgesetzt wurde. So erhielt Deutschkreuz für die Gestaltung des Hauptplatzes den Burgenländischen Dorferneuerungspreis. Die Gebietswinothek wurde gemeinsam mit den Winzen errichtet. Die Musikschule neu gegründet. Die Nachmittagsbetreuung in die Schule eingeführt. Güterwege wurden ausgebaut. Das Radwegenetz wurde errichtet. Die Bahnlinie wurde vor der Schließung gerettet. Und vieles, vieles mehr. Aber nicht unter Bürgermeister Kölli, sondern unter den SPÖ-Bürgermeistern. In Deutschkreuz steckt großes Potenzial. Und auch wenn vieles in den vergangenen Jahren vernachlässigt wurde, so bin ich der Meinung, dass das alles wieder ins Positive gebracht werden kann und das Potenzial genutzt gehört. Und so bin ich total stolz bei der kommenden Landtagswahl im Team vom Landesrat Reser zu sein. Und dadurch ist es mir auch möglich, die Anliegen der Deutschkreuzerinnen und Deutschkreuzer auf regionaler Ebene zu vertreten. Besonders freut es mich, dass sich unser Spitzenkandidat, Landeshauptmann Hans Nissel, heute die Zeit genommen hat und uns besucht. Hans Nissel, dieser Name, ist mit dem Aufstieg des Burgenlerns untrennbar verbunden. Hans Nissel hat in den vergangenen Jahren zur burgenländischen Erfolgsgeschichte beigetragen. Ich bin stolz, unseren Spitzenkandidaten auf dem Weg beim Landtagswahlkampf unterstützen zu dürfen. Danke. 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 Nacht und händer. Das war hier. Das war. Ich versuche es der Hialeah. Die Hialeah. Das war hier. Das war hier. Wie geht es den Hialeah. Ich versuche es, dass die Hialeahe. Untertitelung des ZDF, 2020